Herzlich willkommen von der Happy Road. Wir befinden uns jetzt gerade im Hintertal am Hochkönig und wir schauen uns jetzt einmal das Hintertal an. Auf jeden Fall ist es furchtbar schön. Ich war schon mal da, also zeigen wir euch jetzt einmal wie genial die Natur da, vor allem im Frühling ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.